So wie viel? Was habe ich denn? 360 Euro. Das ist echt gut, dass du das mit dem Paid Account gehst. Ich habe überhaupt zwei draußen. Also ohne das... Ich meine nur 100 von jedem Bestand muss das. Ja, das ist wahr. Okay, mehr habe ich, ich habe nur noch vier Münzen. Na na na, kein Bier. Kein Bier zum Rauchen. Keine... keine Kippen zum Pak. So. Wie hätten denn jetzt hier Coins rein, oder wie? Ja. Und wie macht man das mit... Achso, mit Alt-Lehrtaste? Ja. Ah. You slowly, gently, carefully open the box. Los, friss die Coins! So, wie wähle ich jetzt aus, was ich haben will? Also, wenn jetzt genug Münzen, wenn jetzt genug Münzen reingestupft hast, dann musst du, äh, nochmal die Linkern wieder leer machen, nochmal als Ertaste reden. Und mit Leert... äh, mit... Was war's? Leertaste? 36 Münzen sind bis jetzt drin. Ah. Das reicht für Zigaretten. Mit Leertaste siehst du, was es gibt. Äh... Hallo? Du hast Zigaretten in deiner rechten Hand. Leert in deiner rechten Hand. Leert in deiner rechten Hand. Und du hast nichts getroffen. Hä? Wie tönt man die Zigaretten an? Huch! Mach weiter. Was war das jetzt? Ja, du hast ne Taste gelöst. Ich hab' ich jetzt gekauft. Jetzt hast du was gekauft. Ne Pop-Can. Du hast ne Pop-Can gekauft. Geil. Na gut. Kann das sein, dass du sie mit? Wie nimmt man die mit? Okay. Ja. Hast du noch Feuerzeuggas? Ja. Ihr fertigst denn dein Pop-Can mit? Mit Enter oder was? Ja. Oder wie nennt man die? Habe ich jetzt gekauft? Ja. Ja. Scheiße. Wie heißt denn das Team nochmal? Lighter fluid? Oder wie heißt das? Oh ja, ich bin nicht oft cool. Warte, ich geb dir was. Ich weiß halt nicht, ich weiß nicht, wie es eist. Ich wollte gerade wissen, wie es eist. Oh, danke fürs Schneegeben. So. Was ist hier du, Alex? Na, ich sitze ein bisschen weiter hinten. Was? Das hat 30 Coins gekostet? Ah. Geld gegen Säcke hier. Geldgeiler Sam Tuki. Geldgeiler Sam Tuki. Er ist auch schuld. Geldgeiler Sam Tuki. Und Limerin, you don't see any way to use those two items together. You have to stop this lighter. Friss. Das Geld. Für. Die. Welt. Wie benutze ich denn das? Ich hab gedacht mit Tee. Gar nicht. Das brauchst du gar nicht benutzen. Das ist dann schon im Feuerzeug drin. Oh. So, jetzt hab ich glaub ich alles Geld reingeballert. Super. Dann brauchst du doch den jetzt hier retten. Dann brauchst du ja noch mal. 40. Oh. Das ist abgekühler. Oh, ich muss auch trinken. Unbedingt nicht. Ja, ich trinke auch. Was? Ich bin bei 890. Achso. Oh. 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 Warte mal. Ich muss mich mal entzögern. Ich weg. Alle schlucken. Oh wei, oh wei. Verschluck dich nicht. Ja, das ist richtig so. So. Guten Tag. Oh, wir sind da krank. Ne, ich habe mich verschickt. So, ich schwitz. Jetzt muss ich wieder Snow über mich schütten. Oh Gott, doch 252 ist Durst. Ich muss noch weiter saufen. Durst. Ich habe Durst. Ich weiß, dass mir warm ist, verdammt. Pff. Der eine rennt gegen die Mauer. Äh, Wand. Was war denn das? Ich hab mir gerade 9 so bei den STW-Points geholt. Oh. Äh. Tarzan just came online. Okay, jetzt sind wir fertig. Mist. Die scheiß Kippen kosten. 4 Münzen mehr. Hat noch jemand 4 Münzen? Ja, ich hab einen 4 Münzen. Komm her. 2 Münzen mehr. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. wenn die halbe welt um uns brennt machen wir mit wasserbomben die schlacht so eine kippe und jetzt wieso geht das nicht wieso geht streichholz und Zigaretten weil du einen feuerzeug brauchst du brauchst ein feuerzeug was ist das für ein rotz jetzt hat der kipp und kipp feuerzeug ich hab nur einen firestarter ich glaube das ist nicht für mich nicht wirklich soll ich dir mal mein feuerzeug ausleihen ja danke das ist wie eine realität das ist doch ein komisches system danke oh ich kann sich selber anzünden ich hab schon wieder zu durst ergeriert das äh lefter fisch muss ich das auch zusammenpacken also leiter und das fluid feuerzeug in der linke hand und die rette in die rechte was so ohne dass das benzin ich habe ich vorhin auch falsch gemacht ich dachte nämlich auch man müsste das feuerzeug erst auffüllen aber offensichtlich ist das wiederum in dieser welt nicht nötig man muss die flasche nur bei sich tragen damit das feuerzeug drahtlos sein fluid erhält das ist wie beim iphone dass er sich drahtlos aus mehrmals bis jetzt wie rauch ich oder wie das system automatisch da beschweren sich die leute dass ich jetzt alles dass sie dass sie in der ganze zeit kontrolliert werden und 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 alles das system sie macht und hier ist es ganz selbstverständlich dass das system nicht füttert und die windeln wechselt und mir mal feuer wiedergeben kauf doch selber eins kostet doch nur ein paar stw points wir leihen uns das jetzt immer aus schon wieder 500 dorst ich habe ja immer wieder andere 85 der ersatztastatur ich habe schon ich trinke schon die ganze zeit ich sauf schon hier ein loch aber da kriegt man ja mehr als 1000 energie ist ja cool ich kann einfach die ganze zeit das wasser quasi in der hand halten wie kauft man teleporter wir kosten für credits credits ja genau wie viel ein teleporter das mit der liste credit schräg unterstrich bei list also schrägstrich credit oder credit ich weiß gar nicht mehr unter schrägstrich bei list ja ich lasse das wasser einfach so in mich hinein für 25 ok also credit unterstrich bei teleporter achso ne bei teleporter eins und hat es klappt jetzt nicht credit bei teleporter eins warum ich auch mal lieber wieder teleporter geschrieben wird die liste kopieren habe ich vorhin auch gemacht einfach ein aus aus kopiert und ein verschoben ich wollte sagen raus kopiert und ein kopiert das klingt irgendwie doof so so jetzt habe ich es geschafft you have a nice cool breeze oh gott wie viel Schnee hast du das verballert ich glaube 10 ok ich gehe nachher wieder neuen sammeln dann dann musst du so nah an die kante an berg ja ist das credits unterstrich bei oder credit mit der back ja aber es ist eine leertaste dazwischen europe snow all over your body denn es ist jetzt wachse wach sind europe snow all over your body until it now ent und aber wachse 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 Toll. Credit, Unterstrich, bei. Leer Item, Leer Amount. Ja, sag ich doch. Ja, bei manchen Items sind ja nur noch irgendwelche Unterstriche. Oh, jetzt bin ich hier. Boah, kriege ich jetzt noch mehr Energie? Nee, schade. Es ist jetzt cool, wenn wir uns da noch beschreiben. Oh, 1486, wir gucken was. Kann mich mal einer aufwecken, ich hab Durst. Okay, warte. Danke. Hey, ich bin ja auch schon wieder wach. Was? Hä? Hallo? Spiel. Hallo? Esa. Würstchen. Würstchen? Würstchen. Schluck, du Sau. Holoda. 230. 280. Wie warm ist der? Zu heiß. 22 Grad. Ach, siehste. Der sauf hier aber nicht so viel wie der hier. Zero Thirst. You are appreciating a nice warm breeze. You are 100% dirty. You have just left. You have snow, you. Snow. Wo wollen wir uns denn noch hin teleportern? Uff. Woa, keine, keine Ahnung. Man könnte auch hier, man könnte auch hier PVP ausprobieren. Hier sind mir zu viele Leute, das würde ich nicht machen. Naja, die sind überall die Leute. Es kann dir überall passieren, dass jemand vorbeikommt, weil er sieht, dass du PK bist. Das wäre doch dein Traum, der Bier-Forest. Oh, das ist peinlich. Das war schon peinlich. Ähm, nein, das ist Deer Forest. Also sprich Wild, also in dem Fall Rotwild. Rotwild-Wald-Wold-Wild-Wild-Wild. Ist das der Wölfe-Wald? Nein. Ne, oder? Der heißt es nochmal anders. Windy Forest oder so ähnlich. Ich sollte vielleicht mal die Anfuhr... Der Rocky springen. Southern March. Ich würde ja gar nicht wissen, was diese Clif- die Clippen sind. Die Cliffs. Dann können wir doch hin, oder? Ja. Cliffs neben der Castle. 1, 2, 3, hui! Tada. Huch! Oh! Hier ist ja Wasser, hallo! Und wie! Äh, hoch, wie jetzt? Winds, was? Winds, wept und wept und wept. Muss auch rein in den Huch. Oh, geil! Hui! Press shift, enter to continue south. Oh! Hallo! Ja, guten Tag auch! Kann man hier runterfallen? Weiß ich nicht. Hier noch nicht. Oh, hier ist Wind! Oh, ist das schön! Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.